Vergib mir Vater, denn ich habe gesündigt, ob da oben wohl noch ein Platz für mich ist. Vater Noster! Vergib mir Vater, ich werde sündigen. Ich habe mir einfach ein Elvis-Mikrofon gekauft, was ich von der Decke hängen lasse. Vater Noster, Zeitfälle geschehen. Das ist Regen, in dem Fall Regen, oder was? Regenwurz. Und willkommen zu Jack-Man. Willkommen zu MTV Chris. Das ist mein neues Flatt. Flatt. Vergib mir Vater, denn ich habe gesündigt. Sag ich mir lieber noch mal die Hände. Mir werden gleich eh wieder 20 Minuten die Augen brennen wie sonst was, Alter. Da könnte ich schon wieder kurz nicht mehr mit, Alter. Ich weiß nicht, was ich jetzt nicht habe. Oh fuck. Das Problem ist halt nicht von wegen, dass es weh tut. Also es brennt halt schon in den Augen wie so ein Darmatiner, der dann gepisst, Alter. Aber das geht eigentlich nach 20 Minuten spät, das ist weg. Das Problem ist halt wieder reinzukommen. LOL! Das ging noch nicht aus. Das ging noch nie so schnell. What the fuck? Das ging noch nicht aus. Das ging noch nicht aus. Okay. Das ging gestoppte Kippen drauf. Alright. Und noch ein Whisky. Und noch ein Gin. Das stimmt. Ah, das stimmt. Moment noch nicht. Kann Jackie Cola haben? Außer jetzt bitte hin. Du machst das schon. Du machst das schon. Du musst echt mal gucken, wie ich das hier hinfahre aus. Aber das sollte auf jeden Fall machbar sein. Ja, pack da mal überall so. Da sind ja überall so. Da sind ja genug Burger. Ja, ich packe erstmal die Burger aus. Ja, wir sind hier beim Video-Dreh vom lieben... Wie heißt der noch heute? So, jetzt wird's nicht aufgetischt. Nur das Beste, nur das Feinste und nur das Leckerste. Alles für Rain. Wie sind die vom Catering? Hahaha. Auf gesunde Ernährung wird hier geachtet. Auf gesunde Ernährung wird hier geachtet. Wir in Richtung der Schlachtbank. Auch wie damals Christus schon sagte. Das ist eine Sektung. Muss man einfach sagen. Das ist eine Splittergruppierung. So. Great. Ja. Willkommen. Heute fehlt uns für Wunder die Zeit. Doch ein Huch auf die Unschuldigkeit. Danke Vater für die Anwesenheit. Coole Location. Ja. Ich bin im Arsch. Ja, ich stelle das gleich alles ein. Lass mich kurz aufbauen. Ich bestelle jetzt noch einen Weizen. Ja, und dann hier machst du noch ein bisschen aufbauen. Ein seriöser Kameramann. Ja, locker, locker arbeiten lässt sich doch so eine Sunk. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Versuch deine Stimme los zu werden. Sie verfolgt mich wie im Himmel so auf Erden. Doch ich gebe dir gern die Genugtuung. Und führe mich selbst im Versuch. Ja, wenn wir Audio ankriegen. Sobald wir Audio ankriegen. Also an sich geile Idee. Aber ne? Ja, klar. Du hast das doch hier bitte gern die Genugtuung. Achten uns. Das sieht man einfach auf. Shooting Pause. Übrigens mit einer ganz ausgewählten Leuten. Wie sagt man das so? Ich würde einfach von neu anfangen. Also das Leben. Wir stehen vereint an der Pforte. Die letzte Prüfung nimmt ihren Lauf. Spreche im Geist dir die Worte. Mach mit dem was du willst. Aber du Gott, nehm ich hier auf. Ja. Du musst posten oder so. Wenn du zwischendurch einfach mal auf einen coolen Foto machst. Ey, tut einfach so, dass wir hierher kommen. Wir reden einfach miteinander. Samstagabend, ganz normal. Wenn man das abbleiben. Der kranke Scheiße. Bruder, guck dir mal in die Augen. Ja. Hi. Wir sind der Regenkult. Ich bin Kultleiter Regen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, falsche Götter zu identifizieren und aufzunehmen. Das Thema unseres heutigen Treffens ist das letzte Abendmahl. Und das dort, wie man ja aus der Geschichte kennt, ein Judas vor Ort war. Heute sind wir alle Judas. Bis zum nächsten Mal. Bei Regen. Heute stand für die Presse. cheat Du bist treue Dämon, aber nütz uns dein Eben Sieh wie wir uns für dich